Zehn spannende kommende Erweiterungen habe ich für euch und zwar fangen wir an mit Dekorum Moving Out, eine Erweiterung für das Brettspiel Dekorum, was ja letztes Jahr erschienen ist und was ich sehr spannend finde, denn in Dekorum geht es halt darum, einerseits kooperativ die neue Wohnung als Pärchen einzurichten, aber jeder hat auch seine eigenen Ziele und das ist relativ real, sage ich mal, in der Beziehung, wenn man dann zwar zusammenzieht und einrichtet das Haus, die Wohnung, wie auch immer, aber natürlich auch schauen muss, dass man seine eigenen Wünsche etc. erfüllt und mit Moving Out gibt es jetzt eine Erweiterung, die einfach ist, wir ziehen um und es gibt 20 neue einzigerartige Szenarien und wir müssen halt schauen, wie wir uns am besten unser Zeug, unsere Sachen aus der Wohnung in die Umzugskartons, in die Umzugswagen reinpacken und idealerweise gemeinsam, aber auch für unsere eigenen Ziele diesen Umzug gestalten. Ja, Dekorum Moving Out kommt bestimmt dann auch auf Deutsch raus, ist für zwei Personen, 30 bis 45 Minuten ab 13 Jahren, Designer sind Charlie Mackin, Harry Mackin und Drew Tenenbaum. Eine Erweiterung für Dungeons & Dragons Onslaught gibt es ebenfalls und wurde jetzt angekündigt vor einer Weile, ist wahrscheinlich Anfang 24 jetzt der Erscheinungsdatum, obwohl jetzt hier bei BGG noch 2023 steht und zwar Ancient Constructs. Und das ist nur eine kleine Erweiterung, nämlich ein Organized Playpack, in dem ein Set an Konstrukten drin sind, wo man halt diese Miniaturen in Dungeons & Dragons Onslaught erweitern kann. Es gibt auch ein komplett neues Set an Karten für diese Figuren und noch ein paar kleine Regeln. Also für Fans von Dungeons & Dragons Onslaught ist das eine kleine Mini-Erweiterung von WizKids, die das Spiel ein bisschen abwechslungsreicher macht. Und deutlich umfangreicher und auch für mich spannender ist die Erweiterung für Erde, nämlich Earth Abundance, erscheint 2024 und hier soll halt dieses für mich wirklich tolle Spiel Erde, was sich allerdings ein bisschen so die Gemüter streiten darüber, wie gut das ist, wird es auf jeden Fall erweitern. Designers Maxim Tardif, 1 bis 5 Personen, 45 bis 90 Minuten ab 13 Jahren. Und diese Erweiterung wird halt mehr Gameplay-Möglichkeiten haben. Es gibt neue Spieler-Interaktionen, es gibt neue Möglichkeiten, die eigenen Handkarten zu verändern. Es gibt mit Sicherheit auch viele neue Karten im Spiel, das ist ja im Grunde genommen ein Kartenspiel und ich bin sehr gespannt über mehr Abwechslung für Erde. Ebenfalls eine Erweiterung gibt es für Imperial Miners in diesem Jahr, nämlich Asteken gegen Wirtlings, also Asteks versus Wirtlings und Imperial Miners ist ja sozusagen der, ja ein Ableger des Imperial Settlers Spiels, wo es jetzt diesmal unter die Erde geht und wir nach und nach halt unsere eigenen Minen aufbauen, stärkere Aktionen dadurch bekommen und so versuchen das Spiel zu gewinnen. Und viele fanden das ja nicht ganz so anspruchsvoll genug und ich denke mal, dass es vielleicht jetzt mit der Erweiterung Imperial Miners und wahrscheinlich gibt es in Zukunft noch mehr Erweiterung, dann eben noch mehr Abwechslung gibt, neue Völker, die dann auch ein bisschen andere Mechaniken haben. Ja, spannendes Spiel auf jeden Fall und Erweiterung für Fans durchaus interessant. 1 bis 5 Personen, 20 bis 60 Minuten ab 10 Jahren, bei Portal Games, Deutschland sicherlich wieder bei Pegasus Spiele, Autoren sind Tim Armstrong und Jean-Morici Swichigi. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Für den Überraschungshit Mischwald wurde auch eine Erweiterung angekündigt, nämlich Mischwald Alpine. Und ja, das Spiel ist ja auch ein Kartenspiel im Grunde genommen, wo wir Karten draften und dann wiederum Karten vor uns ausspielen, die wir wiederum mit Karten bezahlen, vor allem erstmal Bäume ausspielen und an diese Bäume dann oben, unten, links und rechts Karten legen können und so unser eigenes Ökosystem aufbauen mit möglichst starken Kombinationen, die halt durch Wertungen viele Punkte bringen. Und Mischwald Alpine, die Erweiterung von Designer Kosch, welches wieder bei Lookout Spiele erscheinen wird, bringt natürlich viele neue Karten mit und eben zum Beispiel zwei neue Baumarten, 36 neue Multifunktionskarten und die halt natürlich auch neue Tiere, alpine Tiere würde ich mal sagen, nach der Erweiterungsnahme mitbringen und dadurch eben auch ein bisschen mehr Abwechslung dran bringen. Und es soll auch neue Möglichkeiten geben, anhand der Spielerzahl eben Karten aus dem Spiel zu nehmen, um das Spiel vielleicht ein bisschen straighter und ein bisschen streamliner zu machen. Also ich bin gespannt, aber auf jeden Fall Mischwald kam wirklich gut an, von daher wird sicherlich auch die Mischwald Alpine Erweiterung 2024 viele Fans finden. Ich freue mich auch sehr auf die Erweiterung Nucleum Australia, welches sicherlich wieder bei Giant Rock dann auf Deutsch erscheinen wird. Nucleum ist ja wirklich ein tolles Eurogame, welches so ein alternatives 19. Jahrhundert geht, wo die industrielle Revolution durch Uran und durch Atomkraft quasi durchgeführt wurde, so in dieser Alternativwelt. Und mit der Erweiterung Nucleum Australia geht es jetzt nach Australien, wo wir natürlich auch ganz besondere Voraussetzungen haben, neue Technologien, ein ganz neues Spielbrett natürlich, auch neue Mechaniken werden dabei sein. Und von daher für Fans dieses anspruchsvollen Spiels ist das sicherlich eine recht große und interessante Erweiterung. Ist auch wieder für 1-4-Spieler, 60 bis 150 Minuten ab 14 Jahren. Und die Designer sind auch hier Simone Luciani und David Turzi. Für Fans von Rätselspielen bzw. Quizspielen ist die Erweiterung Smart 10 Astrid Lindgren interessant. Ich weiß gar nicht, wann die auf Deutsch erscheinen wird, aber für Fans von Astrid Lindgren ist das auf jeden Fall eine sehr interessante Erweiterung. Hier gibt es insgesamt hunderte neue Fragen über die schwedische Autorin Astrid Lindgren, die wir ja vor allem von Pippi Langstrumpf zum Beispiel kennen. Und wer da Fan ist von dem Thema und generell gerne Quizspiele spielt, sollte sich diese Erweiterung mal anschauen. Also Smart 10 wirklich ein tolles Quizspiel, das ja auch bei unserer Familie sehr, sehr gut ankommt. Dann haben wir eine weitere Erweiterung, die angekündigt wurde für Unfair. Und Unfair ist ein Spiel, welches ja auch schon finanziert wurde in der Spieleschmiede. Jetzt auch letztens zwei größere Erweiterungspacks finanziert wurden, die ich natürlich auch unterstützt habe, weil es einfach ein tolles Spiel ist, wo wir unseren eigenen Vergnügungspark aufbauen und sehr viele unterschiedliche Kartensets haben, die ganz unterschiedliche Themen in diesen Vergnügungspark bringen. Und mit der Fairytale-Erweiterung, die auch noch Legendary Steampunk Underground Expansion heißt, also ein sehr langer Name, gibt es halt vier neue Themen, die hier reinkommen. Und wie gesagt, Fairytale, da geht es halt um, ja, im Endeffekt Fantasiekreaturen, die Legendary, weiß ich gar nicht, da geht es um Mythologie und legendäre Figuren aus der antiken Mythologie. Es gibt eine Steampunk-Erweiterung, eine kleine, die dabei ist, und Underground, wo es halt um die Reise zum Mittelpunkt der Erde geht. Also ein bisschen abgefahrene Fantasy-Themen hier, die diese Erweiterung mitbringt. Und ich freue mich da sehr drauf und hoffe natürlich auch sehr, dass diese dann auch in der Spieleschmiede auf Deutsch lokalisiert wird. Autor ist Joel Finch, 1-5 Spieler, 50-125 Minuten ab 10 Jahren. Für das doch recht erfolgreiche War of the Ring is a Card Game wurde jetzt auch für 2024 die Fire and Sword-Erweiterung angekündigt. Also eine weitere Erweiterung mit neun Karten. Und sie hat 60 Fraktionen, Karten, neun neue Pfade, neun neue Kampfgebiete, diese Battlegrounds und mehr. Und bringt halt, wie gesagt, viel Abwechslung in diese Spielreihen, neue Fraktionen, die halt in der Herr-der-Ringe-Welt hier existent sind. Und ja, wirklich ein tolles Spiel. Zwei bis sechs Personen, 60 Minuten dauert es für eine Partie. Und Designer ist auch hier ein Brody. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Erweiterung für ein Spiel, was jetzt gerade ausgeliefert wurde. Nämlich Wunder der Welt im Original World Wonders. Und da gibt es 2024 das Mundo Wonders Pack. Also eine erste Erweiterung für Welt der Wunder mit neun Weltwundern, würde ich mal sagen. Designer ist auch hier Seemendes. Und es wird ja auf Deutsch sicherlich lokalisiert werden. Und wie gesagt, es gibt neun neue Weltwunder, die ja dabei sind. Aber auch neue Spielmodi, die das Spiel halt auf eine andere Art ermöglichen, dass man das spielt. Und ja, ein sehr schönes Spiel, was ich jetzt schon mal kurz anspielen konnte. Natürlich noch nicht so richtig, ist wie gesagt recht neu bei mir eingetroffen. Und ja, ich denke mal, ich freue mich dann auch auf jeden Fall schon mal auf die Erweiterung. Wenn die dann irgendwann im Laufe des Jahres vielleicht dann auch auf Deutsch lokalisiert werden wird. Ja, das war mein Blick auf zehn kommende Erweiterungen. Da sind ein paar dabei, auf die ich mich sehr freue. Ein paar, naja, mal schauen. Die werde ich mir mal genauer anschauen, wenn es dann mehr Informationen dazu gibt. Und ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, ob da irgendeine Erweiterung dabei war. Wo ihr sagt, ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, weil das so mein Lieblingsspiel ist. Und ja, hinterlasst gerne einen Kommentar. Und ja, hinterlasst gerne einen Kommentar.